Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn, nur das habe ich langsam gemerkt. Das letzte Mal haben wir ja noch ganz kurz zusammenfassend BiniWiki zu Ende gebracht, haben den Businessplan geholt und noch ein paar Kleinigkeiten mitgenommen, dann haben wir uns schon mal eine Karte freigekauft, wo Rohstoffe und Sachen angezeigt werden, also Komponenten wie zum Beispiel hier dieses Gelbe da, das hat uns angezeigt, dass da welche sind und wir müssen zu Bärendiensten, ja genau, zum Wehrdienst, ein Wehrdienst. Da müssen wir hin, deswegen meine Idee jetzt, wir machen uns das ganz einfach, wir gehen erst da hin, holen da noch die Klebebänder, Panzertipp, gucken bei dem Händler vielleicht noch vorbei, wenn er da noch am Leben ist und dann gehen wir in die Richtung weiter. Auf geht's. Oh, ich war jetzt gerade hier so hell, keine Ahnung. Gut, in die Richtung, na dann auf geht's. Wenn wir einmal schon das Zeug da haben, dann nehmen wir es auch mit, brauchen wir hier die Komponenten und dann werden wir uns als nächstes Mal um ein paar Außenposten kümmern müssen, weil wir brauchen Ethanol. Wir beten für die armen Seelen des Unglücks. Das ist ne gute Idee. Da ist der MP5, ja, wir müssen mal beklagen. Machen wir dann gleich. Die zwei kennen wir schon. Ein kleines Tauschgeschäft? Ja, natürlich, tauschen ist immer gut. Tauschen ist immer gut, schon wieder. Oh man, das ist dann so teuer hier. Guck mal, ich hab auch was. Mach mal sehen, was mir das bringt hier. Ja, nicht verkehrt. Das ist gut. Da brauche ich Ethanol. Jupp. Da fehlen welche. Das macht aber jetzt nichts. Du kannst das gebrauchen. Bis dann. Klingt gefährlich. Ey, fahren anderen Händlern über den Haufen. Ne, ich will den Schrott gehen. Zum Glück hast du überlebt. Ich glaub's ja wohl nicht. Du hast wohl neun Leben, was? Ein wunderschöner Tag. Ja. Heute ist ein guter Tag, ich weiß. So, MB3 Blair. Muss ja irgendwo drin sein. Ne, kriegt man nicht kaputt. Du kommst hier zu nix. Immer wirst du dich stört. Aber die können wir uns nicht gehen lassen, die Rohstofftanks. Jetzt nicht mehr. Und yeah. Wie das 37 ist da nur dazu. Ist gut. Ne, Plombewerfer mag ich nicht haben. Noch nicht. Finde ich jetzt in dem Moment ein bisschen unpraktisch. Dann wollen wir mal gucken wegen dem MB3-Player. Der muss im Haus sein. Also muss man ja auch wieder reinkommen. Jetzt mal meinen. So richtig hab ich noch nicht rausgerüst, wie man da jetzt reinkommt. Au. Ja, wo ist meine? Bleib, wo du bist. So, der guckt ist ein Vorteil. Autophil. Ja, was das auch mal heißen mag. Da möchte ich jetzt nicht drüber mutmaßen. Das können wir noch nicht. Da haben wir die Punkte noch nicht dafür. Ja, finde alle im Betäubler. Ist ja ganz einfach. Die liegen ja einfach so offen rum. Schon der zweite Seaf, den ich hier aufkriege. Und das ärgert mich irgendwo ein bisschen. Aber ich habe nur einen Punkt. Das bringt's doch nicht. Ja, haben wir da hier schon alles rausgeholt. Wir lassen die Bienen mal Bienen sein. Nicht, dass wir uns das mal übel nehmen. Dann können wir jetzt eigentlich weitergehen. Ja, ja, pass auf deinen Himmel jetzt auf. Ja, dann gehen wir mal weiter Richtung Bärendienst. Ich hoffe, die nicht mehr weit sind. Und dann gucken wir mal, wo der Bär die Locken hat. Vielleicht könnten wir ja noch was mitnehmen können. Meine Zitian Ruhstoffen können dann auch irgendwelche Sachen. Oh, das ist ja schön. Nice. So, du siehst ein Problem. Na dann gut. Mhm. So, jetzt sieht's wie ein Laborunfall aus. Ganz einfach. Ich bin da doch flexibel bei solchen Sachen. Jetzt können wir schnell mal den Bauchladen daher. Auch damals hatten wir Hilfe von auswärts. Komm mal her damit. Ja, das hat man ja erst gemacht. Ja, das hat man erst gemacht. Auch mal braucht's Zeug, um die Werkbank zu machen. Weil die andere Seite ist, da findet man mehr davon. Missionen. Fotografie. Fotografie. Wenn man sich Orte besuchen. Ne, wir machen's einfach mal. Ja. Dann findet man ja auch wieder andere Sachen. Dann lohnt sich das dann schon. Die beste Ware. Lasst dir das nicht entgehen. Okay. Okay. Panzer-T4, die sind jetzt auch sehr oft gezeichnet. Und nun geht's aber wirklich mal Richtung Bärendienst. Das habe ich jedenfalls vor. Ja gut, da war'n wir jetzt noch nicht. Nein, so ist das unser Ziel jetzt. Was ist denn da so'n Typ? Ich mag sie irgendwie gar nicht, diese Blinderhau. Ich hab' gesagt, das ist ja was ganz anderes hier. Entschuldigung. Komm, 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 komm. Boah. Schade, der ist zu schnell weg. Hach, erger nicht. Aber gut, kann man nichts machen. Ist halt so. Dann machen wir mal die alte Kirche. Und verständlich zu sein, die alte Kirche ist gleichzeitig der Bärendienst. Eine Begleiterin, die ist wieder mal abhandengekommen. Ich bin so'n Geschrei hier. Na, wo bist du denn? Kuckuck. Ach, schmisch, ich bin der Frühling. Ja. Na, wo ist denn da? Oh Gott! Oh Okay, erstmal hier ein bisschen heilen. Ein paar Pillen einwerfen, dann geht es sich wieder gut. Dann nehme ich gerne meine Waffe zurück. So, und dann schleichen wir uns einfach mal hier von der Seite ran. Würde ich nie behaupten. Ja. Ja! Das ist jetzt! Ja! Ja, ich bin jetzt! Ja! Machen wir schön langsam. Herrlich? Darf ich das selbst entscheiden? Ja, ja. Ich komm zu dir, brauchst du gar nicht. Ich find dich schon, keine Angst. Ja, es ist noch nicht. Na, das kannst du aber nicht wissen. Das ist deine Hälfte! Ich kann sagen gleich immer dasselbe. War doch ein bisschen übrig. Nehmen wir mit. Na, dann schauen wir mal weiter rum. Oh. Ballarat kann man sich nicht mehr ansehen hier. Ja, bin ich auch. So, lass mal einsammeln hier richtig. Na, hier geht's dann runter in den Bunker. Der ist jetzt noch zu. Da sind die schönen Sachen drin. Und da kann man dann das Schweißgerät dazu machen. Weil da reichen die Punkte dann aus. Da gibt's jetzt ein paar Hälftchen da unten. Aber jetzt geht's erstmal rein. Dann gehen da jetzt gleich zwei Schläger rum. Okay. Na ja, einer hat's getan. Okay. Töte den Bären. Oh, ich hab keine andere Waffe. Ah. Okay. Okay. Das wird ein bisschen langwierig jetzt. Ja. Ich weiß. Ja. Ja. Ich weiß. Aaaaaaah Okay, das muss man jetzt anders regeln Wo ist der Wehr? So Na jetzt abhauen, wa? Du Feigling Komm her hier, ich habe Futter für dich Das war keine gute Idee. Ganz und gar nicht. Ich hätte mir wahrscheinlich irgendwo eine Knarre holen sollen. Okay, dann noch mal auf ein neues. Na, ich hoffe, dass mein Spielzeit nicht mehr ist. Ja, ich hoffe, dass mein Spielzeit nicht mehr ist. Ja, ich hoffe, dass mein Spielzeit nicht mehr ist. Ein Ladebildschirm, das könnte ein bisschen zügiger gehen. Es ist irgendwie ein bisschen zeitraubend. Sollte man vielleicht wirklich überlegen, die dann rauszuschneiden. Aber dann ist man hinterher am schneiden teilweise. Ja, es ist für Akoi. Mit niedriger Gesundheit würde ich es auch nicht machen. Ja, was denn nun? Zwei Minuten, über zwei Minuten warte ich jetzt schon. Kann doch nicht genau sein. Ja, ich hoffe, dass mein Spielzeit nicht mehr ist. Okay, ich werde ein bisschen was von dem rausschneiden, weil es kann ich keinen zumuten, jetzt hier drei, vier, fünf Minuten lang einen Bildschirm anzugucken. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir machen einfach das nächste Mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.